In diesem Video zeige ich dir, wie du mit Kombi-Wetten Geld verdienst und damit die maximalen Gewinne für dich generieren kannst. Kann man es schaffen, damit Geld zu gewinnen? Warum wollen die Buchmacher das eigentlich, dass die Leute Kombis machen? Und wie kann man es dann schaffen, langfristig damit Geld für sich zu verdienen? All das werde ich euch in diesem Video Schritt für Schritt zeigen. Ich habe euch hier mal ein Beispiel mitgebracht von einem Hamburger, der mit nur 5 Euro Einsatz über 100.000 Euro gewonnen hat. Dass das natürlich eine richtig seltene Angelegenheit ist, sieht man schon daran, dass da extra ein Zeitungsartikel zu veröffentlicht wurde. So oft passiert das natürlich nicht. Es ist natürlich grundsätzlich erstmal möglich, dass solche Wettscheine mal aufgehen können. Es ist natürlich auch sehr reizvoll, 5 Euro rein, 100.000 raus. Und wie ihr schon gesehen habt, habt ihr immer Favoritenquoten getippt, um die 1,30, 1,40. Da ist man natürlich auch von vornherein darauf eingestellt, ich wette auf Favoriten. Ich habe eine hohe Chance zu gewinnen. Es ist ja unwahrscheinlicher, dass die Wette nicht so ausgeht. Natürlich ist das alles sehr, sehr reizvoll, keine Frage. Und es kann auch funktionieren. Zunächst einmal müsst ihr euch natürlich fragen, warum bieten Buchmacher Kombi-Wetten an? Und warum machen sie sogar Werbung dazu? Ich habe euch hier mal eine Startseite von Tipico mitgebracht. Der größte Anbieter in Deutschland, wo sicherlich auch viele von euch ein Konto haben. Tipico ist es natürlich ganz wichtig, hier Sachen zu unterstreichen, die ich gerade schon angeführt habe. Ordentliche Geldsummen könnt ihr gewinnen. Nur geringer Einsatz. Und sie sprechen sogar, ganz wichtig, von dem Wort Vorteil. Die Quoten multiplizieren sich für euch. Sie werden dann immer größer. Ihr habt ja quasi so einen Hebel, der eure Quote dann noch weiter und weiter erhöht. Und Tipico will euch hier vermitteln, dass das natürlich nur zu eurem Vorteil ist. Kann man sich natürlich denken, Tipico will Geld verdienen. Die wollen euch nicht helfen. Warum machen sie das natürlich, dass sie euch hier zeigen? Kombi-Wetten könnten für euch das große Ding sein. Ich habe euch hier mal ein ganz simples Beispiel mitgebracht, um euch zu zeigen, wie das läuft für die Buchmacher. Ich habe hier mal den aktuellen Football-Spieltag ausgewählt auf Bet365. Und wie ihr seht, die meisten Quoten beim Handicap sind fair bei 1,90 aufgeschlüsselt. Ich wähle jetzt hier mal einfach drei Wetten für euch an zu einer 1,90er-Quote. Und dann seht ihr hier unten, dass ihr natürlich die Option kriegt, das zu kombinieren. Und was euch hier auch besonders auffallen sollte, ist, dass die Quote sogar noch mal um 10% erhöht wird. Die Buchmacher sagen quasi, umso mehr ihr hier an Kombi-Wetten reinpackt, sie geben euch on top sogar noch mehr Vorteil und erhöhen die Quote noch mal um 10%. Da muss natürlich schon alle Alarmglocken angehen. Wenn das so eine tolle Sache ist mit den Kombi-Wetten, warum bieten sie es dann an und warum geben sie euch dann extra noch einen Bonus, um euch zu ermutigen, dass ihr noch mehr Wetten reinpacken sollt in eure Kombi. Dieser Multiplikator, diese 10%, umso mehr Wetten reinkommen, desto höher wird der sogar noch. Und das Ganze ist eigentlich sehr simpel. Ich versuche jetzt einfach mal, runde Zahlen zu nehmen, damit es schön verbildlicht wird von euch. Deswegen sind diese 1,90er-Quoten auch ein schönes Beispiel. Quoten drücken ja auch immer Wahrscheinlichkeiten aus. Ich teile jetzt mal diese Quote. Ihr nehmt 1 geteilt durch die 1,90er-Quote. Und das drückt dann eine Wahrscheinlichkeit von 52,63% aus, dass die Wette so eintrifft. Das heißt, ganz simpel, wenn ihr jetzt einfach nur eine von diesen 1,90er-Quoten auswählt und es schafft langfristig öfter als 52,6% der Fälle zu gewinnen, dann macht ihr Profit. Wenn ihr es schafft, so um die 55, 56% eurer Wetten durchzubringen langfristig, dann seid ihr Gewinner und werdet immer wieder Geld machen, wenn ihr eure Wetten abgebt. Ihr seid also Winning Player. Das ist das ganz große Ziel von den meisten professionellen Sportwettern, dass sie es schaffen, diese Wahrscheinlichkeit zu übertreffen, weil sie halt öfter als 50% richtig liegen. Und dann macht ihr Gewinn, wenn ihr es schafft, diese Wahrscheinlichkeit zu übertrumpfen. Was passiert jetzt bei Kombi-Wetten? Bei Kombi-Wetten ist es sehr, sehr tricky. Die Mathematik wird nämlich erstmal gegen euch arbeiten. Ihr habt dann diese 3,90er-Quoten, die multiplizieren sich miteinander und dann kriegt ihr eine schöne hohe Quote raus. Aber es ist so, dass ihr ja öfters mal Wetten verliert, wenn auch nur eine von diesen drei Wetten falsch ist. Und dann ist es natürlich nicht mehr so, dass es reicht, 53, 54% der Fälle richtig zu tippen, sondern ihr müsst sehr viel öfter richtig liegen. Und wenn ihr es schaffen würdet, das hinzubekommen, dass ihr diese Grenze überschreitet, dann wärt ihr sogar mit Kombi-Wetten profitabel. Weil, sagen wir mal, ihr seid unglaublich gut und gewinnt bei diesen 1,90er-Quoten zu 65% der Fälle. Dann wärt ihr sogar in der Lage, damit Geld zu gewinnen und sogar noch mehr Geld zu gewinnen als mit Einzelwetten. Weil dann ein Hebeleffekt einsetzt. Dadurch, dass euer Vorteil so groß ist und relativ häufig diese Dreier-Kombis zum Beispiel durchgehen, dann erhöht sich nochmal mehr der Bonus, das kickt richtig rein und ihr macht ohne Ende Geld. Aber in der Praxis ist das super schwierig. Auf diese großen, schwierigen Ligen schafft niemand es, in 65% der Fälle richtig zu liegen. Ihr werdet wirklich, wenn ihr schon 55% schafft, zum Beispiel in der NFL, werdet ihr ein richtig, richtig guter Gewinner. Auch in der Bundesliga gilt das natürlich, wenn ihr dort Handicap spielt. Es kann für euch einen Vorteil haben und würde es auch, wenn ihr das schaffen würdet, aber niemand schafft das, so viel besser zu sein als der Wettmarkt. Und in dem Moment kippt es dann vom Positiven ins Negative und ihr werdet eigentlich Gewinner, aber werdet zu Verlierern. Und das ist das, was die Buchmacher total ausnutzen. Das gilt auch bei kleinen Quoten. Ich habe es euch jetzt nur mal gezeigt an diesem sehr simplen Beispiel, um euch zu zeigen, warum die Buchmacher das überhaupt machen und warum sie unbedingt wollen, dass ihr Kombi-Wetten spielt. Wenn ich es eigentlich nicht schaffen kann, mit Kombi-Wetten langfristig zu gewinnen, klar kann ich mal Glück haben, aber langfristig bin ich im Nachteil und verliere. Was soll das dann mit diesem Video? Es gibt einen Weg, wie ihr den Spieß umdrehen könnt, wie ihr euch das clever zunutze machen könnt, dass die Buchmacher das unbedingt wollen, dass ihr Kombi-Wetten spielt. Das ist heutzutage sehr gut möglich geworden, weil die Quoten der Buchmacher immer, immer besser werden und sehr nah an der Realität sind. Und dann könnt ihr euch das zum Vorteil machen und ich werde euch zeigen, wie. Und zwar gibt es eine besondere Art von Kombi-Wetten. Das sind die sogenannten Teaser-Wetten. Ihr könnt also, vor allem bei amerikanischem Sport, euch die Handicaps so einstellen, wie ihr sie wollt. Ihr könnt zum Beispiel zwei Mannschaften kombinieren und das Handicap anpassen. Beispielsweise hier. Green Bay Packers und New England Patriots wurden hier gespielt. Beide waren sehr große Favoriten in ihren Spielen. Minus 9,5 und Minus 7 waren die Handicaps, die quasi übertroffen werden mussten, um eure Wetten zu gewinnen. Ihr könnt es jetzt hier so machen, dass ihr quasi Punkte kauft. Das heißt, in diesem Fall wurden sieben Punkte gekauft. Das Handicap wurde von 9,5 auf 2,5 und von Minus 7 auf 0 runtergebracht. Das heißt, es reicht in dem Moment, wenn die Green Bay Packers mit drei Punkten gewinnen und es reicht, wenn New England einfach nur gewinnt. Wo ist dann jetzt hier der große Vorteil? Naja, in Realität ist es halt so, wenn ihr einfach nur diese Handicaps spielen würdet, wer hätte das eine super geringe Quote von 1,30 oder ähnliche. Aber jetzt hier kombiniert sich das Beides zusammen. Ihr spielt es zu einer 1,77er Quote. Es ist also quasi eine kleine Kombi-Wette. Wo ist jetzt hier aber der große Trick? Weil das wissen die Buchmacher ja ganz genau, dass ihr das so machen könnt. Da für viele von euch Teaser-Wetten bestimmt etwas Neues sind und ich das gerade ja auch sehr schnell erklärt habe, habe ich euch hier mal einen Artikel mitgebracht, wo das genau nochmal erklärt wird, wie ihr diese Kombi-Wetten spielen und bauen könnt. Dieser Artikel ist unter dem Video verlinkt. Klickt einfach auf den Link, dann könnt ihr euch das ganz in Ruhe durchlesen. Aber wenn ihr auch Fragen habt oder noch gern was wissen wollt, haut es immer gerne in die Kommentare. Wir beantworten es euch natürlich gerne, aber ich gehe jetzt natürlich auch nochmal drauf ein. Viele von euch kennen sich sicherlich mit Betrad 65 aus, deswegen habe ich diesen Buchmacher mal als Beispiel hier mitgenommen. Wenn ihr hier quasi in der normalen Ansicht seid, seht ihr die normalen Handicaps für die Spiele. Sehr große Favoriten sind hier mit dabei. Und wenn ihr dann hier oben umstellt auf die Teaser-Karte, dann wird euch vorgeschlagen, wie ihr die Handicaps anpassen wollt. Hier könnt ihr dann quasi oben die Punkte einstellen und sagen, wie groß die Anpassung jeweils sein soll. Wir machen jetzt hier mal was ganz Extremes. 10 Punkte und dann seht ihr, dass sich die Werte sehr krass verändern. Zum Beispiel Cincinnati ist ein riesengroßer Favorit auf den Sieg. Aber hier könnt ihr es jetzt so einstellen, dass ihr nur noch gewinnen müsst. Sie müssen nicht mehr diese enorme Punktanzahl überwinden für euch. Worüber ihr euch natürlich bewusst sein müsst, umso größer der Vorteil ist, den ihr euch quasi erkauft, desto schlechter wird die Quote. Deswegen bietet es sich nur bei wenigen Spielen anders zu machen. Um die 6 bis 7 Punkte sollten es maximal sein, ansonsten wird die Quote zu schlecht. Was ist jetzt hier der Vorteil? Weil die Buchmacher wissen ja, dass ihr diese Option habt. Nun ja, es ist so, dass die Handicaps heutzutage so gut gesetzt sind, dass sie fast 1 zu 1 mit der Realität übereinstimmen. Und dann könnt ihr euch etwas zu Nutze machen, weil würdet ihr jetzt einfach wahllos hier die Punkte verstellen und einfach zwei Sachen miteinander kombinieren, dann hättet ihr keinen Vorteil. Die Buchmacher würden euch eine leicht schlechtere Quote geben und sie haben das so berechnet, dass ihr quasi trotzdem in den meisten Fällen negativ rausgeht. Aber es gibt einen Trick und zwar gibt es gewisse Schlüsselpunkte bei Quoten. Zum Beispiel beim American Football ist es so, dass Spiele häufig mit 3 Punkten oder 7 Punkten Unterschied enden, weil ein Field Goal 3 Punkte bringt und ein Touchdown 7 Punkte. Das heißt, das sind dann Schlüsselnummern, auf die die Spiele außergewöhnlich oft enden. Und das ist etwas, was wir uns dann zu Nutze machen können, denn dann suchen wir uns Spiele, wo wir gezielt diese Nummern durchschreiten können und dann sind wir in einem sehr hohen Vorteil. Das nennt sich dann Advantage Teaser. Ihr seid dann nämlich im Advantage, im Vorteil. Und das ist ganz wichtig. Ihr könnt nicht wahllos Spiele miteinander kombinieren. Ihr müsst gezielt Spiele suchen, wo ihr solche Schlüsselnummern durchschreitet. Und niemals solltet ihr zum Beispiel durch die Null gehen. Das heißt, wenn jemand ein leichter Favorit oder Außenseiter ist, dann diese Punkte dazu kaufen, weil ihr geht dann durch die Null durch und ihr verliert ganz viele Punkte, weil häufig die Spiele nicht in diesem Bereich enden. Ich zeige euch nochmal die Kombi-Wette, die wir gerade als Beispiel hatten. Und zwar seht ihr hier ganz genau, dass ich das gemacht habe, wovon ich gerade gesprochen habe. Die Green Bay Packers waren minus 9,5 Punkte Favoriten in dem Spiel und wir haben die 3, also das Field Goal, diese wichtige Schlüsselnummer, durchschritten mit unseren 7 Punkten und sind bei minus 2,5 gelandet. Und damit haben wir einen Vorteil allerdings gegenüber den Buchmachern, weil sehr häufig, wenn sie das Spiel einfach nur gewinnen, dann gewinnen sie es mit 3 Punkten. Genauso war es hier bei New England Patriots. Die Buchmacher hatten es so gelegt, dass man nur das Geld zurückkriegt, wenn sie mit einem Touchdown gewinnen. Wir haben das aber durchschritten, sind quasi da gelandet, dass sie einfach nur gewinnen müssen und damit haben wir uns einen Vorteil erspielt. Das heißt, es ist möglich mit Kombi-Wetten Geld zu verdienen und sogar im Vorteil zu sein, langfristig und damit wirklich Geld zu machen. Ihr müsst nur wissen, wie. Diese Teaser können quasi euch die Möglichkeit geben, Wetten zu kombinieren, die dann eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie eintreten. Und trotzdem seid ihr nicht im Nachteil, sondern sogar im Vorteil. Haut gerne in die Kommentare, was ihr so an Fragen habt, ob ihr nochmal andere Fragen habt, die ich euch gerne erklären kann oder ob ihr sogar Bock habt auf ein Teaser-Wetten-Video, wo ich es euch nochmal genauer erkläre. Wir hören bald wieder voneinander. Lasst ein Like und ein Follow da, wenn euch das Video geholfen und gefallen hat. Bis bald. Ciao.